Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, äh, ich hab's mir jetzt überlegt. Daneben wollte ich ihn jetzt nicht setzen. So. Äh, wir können hier ja eigentlich Holz setzen, oder? Ich glaube, ich hab... Ich hab den einfach falsch gesetzt. Genau. Was hab ich denn da für einen Fehler gehabt? Auf jeden Fall können wir das hier jetzt auch erstmal auskleiden. So. Und... So. Und hier können wir eigentlich auch direkt machen, ne? Dann haben wir hier schöne Fackeln nochmal eingesät hier. Bekommensinventar, alles klar. Bekommensinventar hier. So. Hier ist natürlich noch nicht die Breite zu Ende. Dann wird es hier wahrscheinlich nochmal... Äh, weil wir hier ja sowieso schon so eine schöne Decke haben. Wird es jetzt noch so und ein weitergehen. Ähm... So. So. Und so. Und dann kommt das hier auch noch so da hin. So. Das hier auch noch weg. Ah, der war falsch. Der durfte nicht weg. So. Haben wir jetzt noch eine Fackel? Ne, haben wir keine Fackel mehr. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann kommt die ins Momentar. Und die müssen wir leider erstmal da hinpacken. Denn wir haben nicht genug Fackeln. Aber wenn wir das hier alles erstmal... Ach, stimmt. Das ist ja auch. Das ist ja auch Kies. So. 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 Okay, dann müssen wir den hier mal machen. Da kommt dann der hin. Ach, die können ja auch schon mal hier auskleiden. Wir müssen dann Eichenholz mitbringen und eine Schaufel und den Kies neu setzen. Und Birkenholz. Also, wir haben viel zu tun, wenn wir jetzt erstmal oben sind. Also, wir müssen hier Birkenholz mitbringen. So. Dann müssen wir noch Eichenholz mitbringen. So. Und da machen wir erstmal ein paar Bretter raus. 16 Bretter. Genau. Äh, dann kommen hier nochmal ein paar Bretter. Oh. Äh. So war das. Genau. Raus. Und. Wir haben noch ein bisschen Kies. Kein. Doch, ein Kies haben wir noch. Und dann kommt das so. Und dann werden wir jetzt... Oh Gott. Ich dachte schon, ich fahre jetzt wieder Kilometer tief in den Keller rein. Dann kommt das hier jetzt erstmal wieder hin. Und es reicht natürlich nicht. Es war ja auch nicht anders zu erwarten. Mh, wo kriegen wir jetzt auf die Schnelle ein, zwei Kies her? Ähm. Ich brauche ja auch nur ein oder zwei Kies. Irgendwie sowas. Moment. Wenn ich mich hier rauf stelle, geht es noch ein bisschen schneller. Hallo. Bleibt doch mir stehen. Ist ja auch eine Strömung, oder wie? Tatsächlich. Natürlich. So. Drei Kies. So. Und jetzt schnell wieder hoch. Wir wollen ja ein bisschen was schaffen hier. So. Gut, dass wir letztens mal in einer Mine waren und so relativ viel Eisen gefunden haben. Dann brauchen wir nochmal ein Eisen. Und da machen wir uns dann nochmal direkt eine Schaufel draus. So. Und dann geht es wieder tief nach unten in den Keller. Ja. So. Der Weg ist schon mal schön ausgearbeitet. So. Dann kommt das hier oben noch weg. Und das war's. Dann kommt hier unten noch ein bisschen Birkenholz hin. Und hier oben kommt dann Eichenholz noch hin. So. Schön. Dann kommt das hier nochmal weg. Auf die volle Höhe. Auf die volle Breite. Die Fackel mache ich gleich anders. Und da reicht natürlich unser Eichenholz nicht für. So. Wobei, die Dame ist auch bis nach oben, ne? Ja. Aber doch, so geht das auch. Und das nochmal neu und eine neue Fackel hinsetzen. Und dann müssen wir mal neue Fackeln machen eigentlich, ne? Haben wir hier dann noch ein bisschen Kohle? Ah, vier Stück. Okay. Dann räumen wir die Küste hier nochmal ein. Ah, voll, ja. Was denn da los? Dann machen wir uns hier nochmal eine zweite Kiste. Eine zweite Truhe. Die können ja eigentlich direkt schon mal in den Lagerraum. Der wird ja unser neuer Lagerraum sein, in der Keller. Da kommt dann Erde rein. Und dann holen wir uns von hier mal die ganze Erde. Machen wir uns nochmal eine zweite Kiste. So. Zack. Und dann holen wir uns die ganze Erde nochmal ins Inventar. So. Und den ganzen Bruchstein. Alles, was mit Bruchstein zu tun hat, dann auch noch. So. Und dann kommt die hier auch noch rein. Und dann kommt hier erstmal wieder alles, was mit Bruchstein zu tun hat, rein. Und da kommt alles, was mit Erde zu tun hat, rein. So. Genau. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Und jetzt müssen wir nochmal kurz zum Hafen. Ah, das machen wir, wenn die Sonne untergegangen ist. Also wieder aufgegangen ist dann. Dann haben wir hier ein bisschen Birkenholz. Das haben wir alle. Ach, wir haben hier sogar noch ein bisschen was. Aber das brauchen wir ja gar nicht, ne? Was war denn jetzt das Problem? Ach genau, Fackeln war das Problem. Aber eine Tür können wir uns mal mitnehmen für den Keller. So. Zack. Und dann kommt hier halt doch noch ein bisschen Birkenholz hin. Und da auch. Und hier ist es wahrscheinlich Kies unter, ne? Ah, ne. Oh, ich wollte es gar nicht erst wegmachen. Aber da ist kein Kies unter. Komm, dann können wir hier auch noch schön wegreißen nochmal. Oh, oh. Unsere Tür ist jetzt weg. Oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber die bekommen die Tür? Nein. Oder steht sie von draußen? Nein, da ist sie. Schnell. Es wird dunkel. Wir haben keine Tür. Oh, sehr gut. Ja, Sonntaggang haben wir leider verpasst. Und es ist dunkel. Aber ich würde sagen, äh, dann fahren wir jetzt nochmal rüber nach Hause. Und holen uns etwas Kohle. Och nö, da ist so ein Krüppelbaum gewachsen. Da hilft eigentlich nur noch wegbrennen. Tja, wie lange waren wir nicht mehr in so einem Block hier? In so einem Kasten? Da waren wir lange nicht mehr. Ich hoffe, da haben wir noch Kohle. Auf jeden Fall haben wir unten aber noch Kohle. In der Farm. Äh, in der Farm sage ich schon. In der, ähm, in der Sache schon in der Mine. Da haben wir auf jeden Fall noch Kohle. So, einmal angelegt hier. Geht das dann auch schon raus? Auf. Konfrontalkurs Richtung Klotz. Äh, so. Oh, ich denke, hier ist ein Monster drin. Hier ist aber kein Monster drin. Doch, irgendwo ist hier ein Monster. Wo? Schwert in die Hand. Äh, Moment. Da scheint keins zu sein. 21 Kohle reicht mir. Tschüssi. Ich will dann auch schnell weg hier. La, la, la. Ich war's nicht. La, la, la. Tschüss. Schnell wenden. Ah, weg hier. Och, wir haben's geschafft, ohne angegriffen zu werden. So. Habt ihr es auch gehört? Ich denke mal, das kam von, äh, von unten da. Da hab ich mir mal so einen dunklen Raum gemacht. Naja. So, dann geht es hier in unseren Hafen rein. So, und es ist wieder starkes Gewitter hier. Ich hoffe, ich krieg das wieder raus. Äh, so, weg hier. Ja, ich hab irgendwie jetzt bisschen, äh, äh, ach, ich brauch direkt viel mehr hier. Na gut, 32 reichen wahrscheinlich erstmal. Das können wir hier lassen. Äh, schnell ausleuchten. So, da, 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 da. So. Hier haben wir noch ein bisschen Erde. Und dann werden wir uns hier nochmal ein bisschen mit dem Holz begnügen und ein paar Kisten bauen. So. So. Und dann werden wir hier nochmal ein paar Pflanzen so mitnehmen. Und das Holz. Das Holz, den Apfel, das, das, das alles, was mit dem Holz zu tun hat. So. Und dann stellen wir das hier nochmal nach unten. Da und da kommen auch eine hin. Hier kommen dann alle Pflanzen und so hin. Alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Da kommt dann das ganze Holz rein. Alles, was mit Birkenholz zu tun hat. Äh, das ist schon voll. Gut, dann kommen wir auch erstmal vorübergehend. Moment. So. 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 Und so. Die Eichenholzsachen hin. Dann kommt da noch eine Kiste hin. Und da noch eine Kiste. Und hier kommt dann noch alles, was mit Holz zu tun hat. So. Und dann kommt das wieder ins Inventar. Und das. Dann kommt hier so eine sonstige Kiste hin. Und was haben wir hier noch so? Ein bisschen Stein und so noch. Jetzt haben wir hier ein bisschen Ton, Knochen, Pfeil, Vorstein, Granit haben wir hier noch ein bisschen was. Pilz. Warum ist denn der da drin? Naja. Äh. Dann kommt hier nochmal eine Tonkiste hin. und eine Granitkiste. Und dann kommt in die sonstigen Kiste Diorit, Andesit, Sand, Sandstein, Ofen, Pilz, Knochen und so weiter. Sehr schön. Dann haben wir das auch fertig sortiert. Ja, wir müssen uns auch eigentlich bald mal wieder um Essen kümmern, ne? Und jetzt auch schon wieder Sonnenuntergang. Nee. Gut, dann ernten wir nochmal ein bisschen Zuckerrohr ab. Hier in der Kiste ist jetzt gar nichts mehr. Guck mal, das ist so schön. Dann haben wir hier nämlich so eine Kiste, wo wir dann alles mal so schnell reinpacken können. Hier können wir eigentlich auch ein bisschen Ordnung drin halten. So. Hier kommen die ganzen Barren rein. Hier kommt das und das hin. So Pulver, Kohle und so. Ach, warte, dann können wir die ja auch hier rüber packen, die Werkzeuge. So, aber hier haben wir alles am Start. Aber jetzt geht die Sonne unter, oder? Wo ist denn die gerade? Moment. Ach, die steht auch mitten am Himmel. Dann können wir nochmal ein bisschen Zuckerrohr ernten hier. So. Und ja, die Folge wird etwas kürzer. Aber ich habe momentan nichts, was ich hier gerne machen würde. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Jan.